Liebe Leute, ich möchte gerne ein kleines, aber sehr feines Special Screening zu Downton Abbey ankündigen. Der Film zur Serie, also der Kinofilm, startet ja ab dem 19. September in den deutschen Kinos. Und ich habe die Serie lieben gelernt, hatte mir selbst zur Aufgabe gesetzt, in der Downton Abbey Challenge alle sechs Staffeln durchzuschauen, noch vor deutschem Kino startet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in die Serie und in die Charaktere verliebt. Und nach dem großen Finale auf der einen Seite musste ich sehr viel grinsen und mich freuen, auf der anderen Seite traurig sein, weil ich wusste, die Serie ist zu Ende. Aber jetzt kommt dir der Kinofilm raus und dazu mache ich ein kleines Special Screening in Berlin am 12. September. Also eine Woche vor Kinostart, abends im Soul House Berlin, was ein wirklich feines Kino mit einem feinen Ambiente ist. Also zu Downton Abbey bestens passt. Für Snacks und Getränke ist natürlich gesorgt. Und weil es ein ganz kleines Kinos, verlose ich gerne auf diesem Wege, beziehungsweise wird verlost. Und ihr findet einen Link zum Verlosungsformular in der Infobox unterhalb des Videos. 14 mal 2 Karten, wenn ihr dabei sein wollt, einfach draufklicken, euch eintragen. Dann bekommt ihr eine Gewinnbenachrichtigung mit etwas Glück. Und wir sehen uns am 12. September dann zu Downton Abbey, eine Woche vor Kinostart, der Kinofilm im Soul House Berlin. Ich freue mich wahnsinnig drauf nach der Serie. Genauer gesagt wird der Filmbeginn 1930 sein, weil man das zeitlich schon ein bisschen einordnen will. Ab 1830 ist Einlass in den Saal. Und ja, wer jetzt noch gar nichts von dem Film, beziehungsweise den Trailer zum Film noch nicht gesehen hat, den häng ich gerne ran. Wer da nicht gespoilert werden soll, muss jetzt schon wegklicken. Ansonsten fleißiges Mitmachen, ganz viel Glück wünsche ich euch und bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Bleibst du zum Dinner bei uns, Mama? Es ist ein Buffet. Nun, ich bin nicht umgekleidet. Du könntest doch nur deinen Hut absetzen. Du tust ja, als sei das so einfach. Ich erwarte, dass alles hier im Hause glänzt und strahlt. Die Post kam soeben an, mein Lord. Oh, Himmel! Was ist denn? Der König und die Königin erweisen uns die Ehre. Was? Na, großartig. Ein königlicher Lunch, eine Parade und ein Dinner? Ich muss mich verschreckt erstmal hinsetzen. Ich bin der Butler des Königs. Wir sind in Downton, um den Besuch der Majestäten vorzubereiten. Der königliche Butler ist ziemlich furchteinflößend. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Ich bin der Chefkurs seiner Majestät. Ich brauche Oli, bin auf der Stelle. Können Sie was hinter die Löffel kriegen, auf der Stelle? Ich benötige Ihre Hilfe, Carson. Ich werde morgen früh da sein, my lady. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin die Zufa von Lady Bagshaw. Also ich muss gestehen, sie gefällt mir. Sie ist ein hinterhältiges kleines Biest. Ach, dummes Gewäß, was reden Sie denn? Oh! Es besteht keinerlei Veranlassung für einen Streit. Ich streite mich generell nicht. Ich erkläre. Unser Personal hat gar nichts zu tun? Nein, nichts. Es ist nicht recht, uns in dieser Weise zu demütigen. Verzeihung. Wir haben vor, Downtons Ehre zu verteidigen. Wir finden, wir sollten zurückschlagen. Das ist Hochverrat. Ich habe ganz das Gefühl, Sie können verstehen, was in meinem Kopf vorgeht. Die letzten Tage haben mir zu denken gegeben. Was tun wir da nur? Sollten wir tatsächlich so weitermachen? Downton Abbey ist das Herz dieser Gemeinde. Und Sie sorgen dafür, dass es weiterschlägt. Nun kommen Sie. Mr. Maltz Lee? Eure Majestätin. Willkommen auf Downton Abbey. Oh, darf ich Ihnen helfen? Das muss jemand tun, Sir. Sonst erlebe ich mich nie wieder.